Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Naruto Ultimate Nemea Storm 2. Ups, wollte ich gar nicht ansprechen, weil das mache ich mal schnell weg, weil wir haben sowieso noch nichts, was wir dem sagen können. Äh, ja, weiter geht's. Soweit ich mich richtig erinnere, ist ja der Hokage entführt worden. Äh, nicht der Hokage, der Katzekage. Und den gilt es nun zu retten. Gaara, den Freund aus Kindertagen, der ja einst eigentlich unser Feind war. Der ja aber, wie man es später erfahren hat, von Orochimaru nur benutzt wurde. Oh, was haben wir denn da? Ja, zu diesen Sachen jetzt wieder. Ihr habt mir mehrfach geschrieben, ich soll die Sprechblasen nicht vorlesen. Das sei nicht nötig. Also lasse ich es. Ich lese sie für mich im Stillen. Ihr könnt das genauso tun. Und... Ja, ich werde dann... Wenn ich meine, ich bin fertig damit, solltet ihr es auch sein und sie dann wegdrücken. Wenn ihr es natürlich wieder andersrum haben wollt und ich es doch vorlesen soll, ähm, ja, dann schreibt mir das in die Comments. Dann werde ich mir das zu Herzen nehmen und dann gucken, was den Leuten besser gefällt und demnach dann auch handeln. Okay, find lost child quest. A certain mother is searching for a child who's gotten lost with help with a search and take the child back to her mother. Ähm, okay, ja, das... Ja, sortieren wir. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, wenn ich das nicht vorlesen kann, denn irgendwie wirkt das Ganze dann so sehr platt und tot. Ich persönlich würde es ja lieber vorlesen. Also wie gesagt, schreibt es mir in die Comments, dann kann ich mich nach euch richten. Es ist meiner Meinung nach wirklich angenehmer, wenn es vorgelesen wird. Und ich glaube, in nächster Zeit kommen auch nicht mehr so riesige Textpassagen auf einen zu, wie noch zu Beginn des Let's Plays, wo wirklich permanent nur, ja, irgendwas erklärt wurde über das Kampfsystem, was die Itemshops bedeuten und, ach, was weiß ich nicht noch alles. Da wurde man ja mit Toolboxen zugeworfen. Das ist ja nun alles nicht mehr, zumindest nicht mehr so häufig. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich setze mich einfach... Uh, wen haben wir denn da? Ähm, bevor das weitergeht, ich setze mich einfach über so euren Willen jetzt hinweg und werde Textboxen, die keine Synchro haben, wieder vorlesen. Das mache ich einfach aus kraft eigener Arroganz. Und, ja, so werde ich dann weiterverfahren. Also, wen haben wir denn da? Temari! Hm? Warum stand sie denn einfach nur hier, stumpf im Wald herum? Was ist denn, was ist denn, dass du hier in diesem Ort bist? Wo ist denn, dass du hier in diesem Ort bist? Was ist das? Was ist das, Gara? Ja. Was ist das? Wir sind in der Karte auf dem Weg, um Gara zu helfen, um herauszufinden. Temari! Richtig so. Also machen wir uns auf den Weg. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das doch damals eigentlich ein Drei-Tages-Marsch, ähm, von Konoha nach, äh, hier, wo man das Sanddorf nochmal heißt. Naruto, du bist ein bisschen nervös. Du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Also, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Alles klar, das ist nur meine Ahnung, ich, auch, wie ich und Gara, die ich von mir und Gara, die ich von mir und ich. Und Sakura, du hast auch schon gesehen, was ich, glaube ich, dass ich aus meinem Gehir, was ich. Und ich habe mich mit dem Gehir, die Läu-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara. Aber das ist ja ... Garra und ich sind im Körper. Das ist der Grund, sie sind. Das ist keine Ahnung. Ich habe nur einen Ahnung. Sie sind keine Ahnung. Sie sind keine Ahnung. Es ist ein Problem, wie ich! ...Naruto? ...Kara, ich war immer mit meinem. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte einen Hirka und einen Freund. Ich habe mich, dass ich mir helfen konnte. Aber er war immer nur ein, immer nur ein. Ich war nur nur ein. Ich bin auch mit dem Anfängergeräusch. Ich bin auch mit meinem Anfängergeräusch. Aber das ist das, was ich immer noch so? Warum werden sie so einfach so aufhören? Das ist so... Das ist so, was ich nicht so, was ich schlafen? Ich kann es nicht tun, was ich? Es ist okay. Ich weiß, dass du dein Gefühl hast. Das ist das, was ich! Ich will kurz vor kurzem gehen! Ich will kurz vor kurzem helfen! Ja. Danke, Uzzumaki. Ich werde dich nach dem Schuss auswählen. Lass dich schnell! Von der Serie, die einfach halt in Bildchen reingeschnitten wurden, das finde ich immer sehr schön, das mag ich. So muss ein Spiel immer sein, wenn es nach einer Serie basiert, dann sollten solche Teile halt mit dabei sein. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer in allem vorbeilaufe und nichts einsammle, das liegt halt wie gesagt einfach daran, dass es kein neues Spiel ist. Es ist schon ein neues Spiel, aber kein gesättetes, also ich habe noch meine ganzen Items von den Spielen zuvor, von daher habe ich alles, was man so haben könnte. Fast alles, nicht alles, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und daher kann ich mich voll und ganz auf die Story konzentrieren, euch die präsentieren und ich hoffe, dass ich mich in meinem Kampffverhalten noch ein wenig verbessern kann. Denn wenn ich mir meine eigenen Videos beim Schneiden so anschaue, da fällt einem häufig, oder mir häufig auf, dass ich total der Noob bin. Das fällt euch wahrscheinlich noch viel mehr auf. Das und Konoha der Leute auch. Wie wurde die Gaara? Es gibt eine詳しい Geschichte von Baki-san. So, bitte zum Rast des Rast des Rast des Kaze-Kage. Was ist das, Yosuke? Ich muss sagen, bei den Naruto-Spielen geben die sich eigentlich immer recht viel Mühe, wenn es darum geht, die Story zu erzählen. Die Charaktere sind auch immer sehr echt. Das gefällt mir immer ziemlich gut. Nur habe ich immer das Gefühl, dass im Online-Modus die Charaktere manchmal nicht so ganz gebalanced sind. Dass da immer ein, zwei, drei dabei sind, die total overpowered wären. Was das für die Charaktere? Was das für die Charaktere? Was das für die Charaktere? Gara! Gara! Was hat das gemacht? Es ist ein Problem, dass sie sich in den Rekatski befinden. Die Charaktere sind natürlich auch in den Rekatski. Die Charaktere sind natürlich auch in den Rekatski. Was ist die Charaktere? Das ist ein Land, was Sie? Das ist ein Land, was Sie? Das ist ein Land, was Sie? Das ist nicht so, dass Sie nicht in diesem Ort sind. Sie sind sofort in den Land, Kaka-Sensei! Baku, ich bin jetzt in der Kaka-Sensei, und wir werden in der Kaka-Sensei. Entschuldigung, ich bin mir helfen. Naruto, Sakura, ich werde jetzt noch eine Beziehung von Konoha zu geben. Ich werde mich in die beiden bereitstellen. Entschuldigung! Natürlich! Saving... Ah, schön, dass er einen Autosave zwischendurch auch macht. Dann muss ich nicht immer zum Save-Point rennen. Es gab erst einmal einen Kontakt von Kakashi. Akatsuki hat sich mit dem Kaze-Kage und mit dem Kawa-Nu-Kunde nachgekehrt. Daher haben wir uns auch mit Kakashi-Han einen anderen Job angeboten. Das war's für heute. Ich bin so ein Führer und ich bin so ein Führer. 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 Ich bin so ein Führer, das ich in die Karte von der Karte verletzt habe. Und wir müssen nun den gleichen Weg noch einmal laufen. Das sollte ja nun nicht so schwer sein. Wer steht denn hier rum? Na komm, ich wollte sagen, Guy bewegt sich nicht mehr. Das war ja gerade etwas völlig Neues. Guy bewegt sich nicht mehr. Das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Sowas passiert doch normalerweise niemals. Es sei denn, Guy muss auf ein Schiff. Denn jeder weiß, wird er ja seekrank sehr leicht. Aber sonst, es hält der Mann doch niemals still. Und wenn er auf Händen 50 Mal ums Dorf läuft. Irgendwas macht er doch immer. Ja. Mann, die Naruto-Geschichte, die hat schon so viele schöne Momente erzählt. Wirklich unglaublich, wie viele Folgen es mittlerweile auch schon gibt. Sowohl von der alten Naruto-Staffel halt, der normalen und von Naruto Shippuden. Und wieder die bekannte, äh, ja, Plane, Pläne hier. Wieder wird eine kleine Rede gehalten. Hey, jetzt ist es noch nicht so viel Zeit. Na, was wird das wohl sein? Na, was wird das wohl sein? Na, was wird das wohl sein? Nicht so viel Zeit. Okay, jetzt sind wir hier. Wirklich. 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 Okay, also heißt es nun, die ihr, ja, Wasserklone zersägen. Was uns ja nicht so schwerfallen sollte. Ich werde noch etwas zu verletzen. Ich werde noch etwas zu verletzen. Ich werde noch etwas zu verletzen. Oh ja, das ist sehr... Dann müssen wir hier auch etwas zu verletzen. Okay? Ich werde noch etwas zu verletzen. Ich werde noch nicht so zu verletzen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.